Ich habe kurz ein Thema, die Präsenz auf digitalem Switch zu sehen, das ich heute mit dem Thema in der Präsenz und die Präsenz auf digitalem Switch zu sehen, und ich möchte mich darüber konkretisieren, wenn ich mich nicht mehr auf die Präsenz auf digitalem Switch und die Präsenz auf digitalem Switch zu sehen. Ich möchte heute noch ein Thema, dass ich heute mit dem Thema ein Minority Language Survival Kit habe, das ich mit dem Thema konkretisieren, Das heißt, dass wir das ganze Zeitraum nicht mehr in den Standarden übernehmen. Das ist ein sehr absurdes Standard, das wir das ganze Zeitraum anbieten können. Die Zeitraum ist zu sehen, dass wir das ganze Zeitraum nicht mehr in den Kursen abvergült. Der dritte Status ist es, dass wir das ganze Zeitraum nicht mehr in die Standarden haben. Das ganze Zeitraum ist, dass wir das ganze Zeitraum mehr im digitalen Switch sind. Sie sehen, dass die Webseite in der Webseite, die sich auf Wikipedia verwendet hat. Hier kann man ein Level, das man sehr gut benutzt kann, und ein zweites Status ist in einer kompletten Abfahrt, wo man eine Plattform aufbauen kann. Dann kann man die Mauer in diesem Stadion sein. Hier ist die Frage, ob man ein bisschen oder ein bisschen wohin war, und einige Kroge zu seinen fundamentalen Bildern, und im Bereich der Welt, wo wir wieder mehr vorbekommen sind. Das ist eine gewisse letzte letzte Rede, dass es ein Problem ist, wenn man ein Problem hat, gibt es dort ein paar Menschen in einem Bereich, aber auch in einem Times-Watch gibt es einen friedlichen Wissens, aber sie sagt, dass wir noch ein paar Wissens auf dem Weg und wo es ja ist, wenn man das nicht wirklich ist, wenn man das nicht auf dem Weg hat, wenn man das andere Handwerker hat, wenn man das nicht auf dem Weg hat, weil man das nicht auf dem Weg hat. Das ist ein Dokument, dass man das nicht auf dem Weg hat, ich bin dankbar, dass das Wissens nicht auf dem Weg war. also to je vopravedere, dass sie jahre davor verwendet, ohne den sämsten Problem, wäre, wie serbsche Znamie in der Tastatur zu verwenden. Den selben Problem mit Tastatur, in der Tastatur in der Tastatur, da wäre es nicht so, dass sie in der Tastatur installieren, jedenfalls sie vopravedere, zruhen zu schreiben, und in diesem Zeitpunkt existierte viele Varianten, und dann würde ich auch viel Hilfe geben, wenn sie den Computer vopravedere, die Serbsche nicht zareide. Wenn Sie an der Tastatur in der Tastatur, seien die Tastatur in der Tastatur, dann würde sie eine Kontrolle, die nicht um den Abschnittsorten oder in der Tastatur selbst, oder in der Tastatur, die in der Tastatur, die in der Beta-Version auch wirklich gibt, die in der Tastatur, wenn Sie hier nicht beantworten, aber die Tastatur in der Tastatur, die aus dem Spurs zu verändern, alle Technik zu bitten, dann würde man auch die Tastatur in der Tastatur, die in der Tastatur auch möglich ist. Die Tastatur beispielsweise Es gibt auch noch ein Netzgebung und Navigator, wo es auch noch ein Netzgebung gibt. Es gibt auch noch ein Netzgebung von den Natus-Herbstkunden, SORB-Spirit. Es gibt auch noch eine CD. und Peter Bauda ist aktiv, und wir haben das auch in der Webseite, in der ganzen Schweiz. Wir haben auch in der serbsischen Cyber-West-Internet. Das ist das, was wir uns dazu erwähnt haben, und wir haben auch ein deutschsprachiges Experiment. Das ist eine anonyme Form, die wir uns in den sozialen Sitzern ausprobieren, Wir haben nicht als anonyme Nähe, sondern auch ein Pseudonym, sondern wir haben die Phänomene, die wir im Internet haben, sondern wir haben eine sehr gute Geschichte, die wir nicht haben, aber wir haben eine sehr gute Geschichte in einer serbsischen Community, in einem serbsischen Forum, das wir hier haben. Der letzte zweite Punkt ist, dass wir eine richtige Ressource haben, wir haben das Institut, das ist das Donner-Sherbske.de, der zweite Punkt ist, dass wir die Menschen auf die Straße haben, aber wir müssen die Schatzkirche noch nicht sein, denn wenn Sie dort nicht sagen können, so kann man sich stumpf an der Universität, dass wir das erste Liebesgebot haben, wenn wir das nicht sagen können, aber das ist nicht so. www.heibillmag.de, das ist eine sehr gute Geschichte, und www.powerpiece.de, das ist eine Online-Version der Völkler, und die Korporation, die in der Zeit und der Nachzahl sind, das ist eine sehr gute Geschichte. Der serbsische Bisma ist ein Thema, weil wir dann durch die Standardisierung Unicode und viele standardische Bisma, die in meinem System, die die herbstgeschnitten sind, die wir in den Herbst ausprobieren, die wir in den letzten Jahren ausprobieren. Die Tastatur und die Tastatur, die wir in den letzten Jahren mit Windows benutzen, die wir in den letzten Jahren, aber auch sehr gut haben, dann haben wir in den letzten Jahren relativ schnell viele, die wir in den letzten Jahren installieren. Wir sind bei uns auch, wundervollt die Tastatur, die wir in den letzten Jahren mit den Serben und den Serbischen Verwaltung haben, denn das ist nicht so, wie wir in den letzten Jahren die wir in die letzten Jahren haben, die wir in den letzten Jahren die neue Webmailer sind. Das gibt es auch im Bild des Prascot.de, wie es in den letzten Jahren wie ein YouTube-Kanal mit vielen Videos, die in den ersten Jahren installiert werden in einer Strona Christoph Sarig bedanken, wo es in Samovite ist. In diesem Fall haben wir einen Computer über den Herbstgeräusch, und wir haben hier eine neue Präsenz in der Herbstgeräusche, in der digitalen Präsenz der Herbstgeräusche. In der aktuellen Präsenz der Herbstgeräusche haben wir in der Herbstgeräusche eine sehr gute Plattform, Dann musst du auf der OpenStreetMap, mit einer kompletten Svobon-Karte, die auf die Apple-Mappe, CZ-Sarbo-Wuji-Watch hat, und da musst du die serbske Karte nutzen. Dort kannst du die ganze Daten nutzen. Wir haben auch noch eine serbske Wikipedia. Wir haben eine serbske Variante von Firefox, von LibreOffice, meistens von Wordpress. Wir haben auch eine sehr gute Idee, aber auch eine sehr private Initiative. Wir haben auch sehr viele serbske Kanäle bei sozialen Sitzungen. In der Serbien haben wir sehr viele Nachfragen, vor allem einen Dammtisch zu bitten. Wir haben in den Anfang der jahre angefangen, aber im Jahr im Jahr im Jahr 2100 oder 2200 haben wir eine sehr gute Anwendung, dass die Serbien nicht auf diesem Kanal als Abonnent sein. Das stagnerieren die letzten Jahre an dieser Linie. Wir haben einen sehr guten Kanal, der an dem sieben unterhalten wird, aber auch noch eine sehr gute App. Wir haben auch eine sehr gute App, aber auch noch eine sehr gute App, wir haben auch eine sehr gute App, die digitalen Podcasts in der serbske Printmedia, meistens mit ihren Schauspielen, die sich auf einem Online-Tisch verwendet, man kann auch nicht schießen. und wir haben, das ist ein kleiner Typ, aber auch ein weiteres Ausgut, wir haben in der ganzen Welt der Projekte, die wir mit dem wichtigsten Verspielen haben, von 2015, als wichtiges Projekt, also in der ganzen Welt, also in der ganzen Welt, in der ganzen Welt, in der ganzen Welt, die sehr qualitenden Beispiele, und die Praxis-Kontrolle, die Erfolgs-Generator, und so weiter. Nachdem ich sehr wichtig, dass wir über die Themen mit weiteren Mauerischen sprechen, die wir mit weiteren Mauerischen sprechen. Wir haben uns gefragt, ob wir die Mauerischen konzentrieren, wie wir mit dem Mauerischen, mit dem Mauerischen, mit dem Mauerischen, mit dem Mauerischen, aber auch in der Informatik, aber auch die Menschen, die sind, 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 die sind. Diese sind die Informatik, die sind, weil man in einem Profoli kommt, um eine Präsenz auf die Technologie zu verursachen. Welche von den RITsCHO erstellen ist den ISO Code, den man in den RITsCH verpässt. Das ist auch ein Delnus, der der HSB und ADSB. Daher haben wir uns ja auch sagen, dass die DAL-RITsCH in den RITsCHO ein drühen Standard, zum Beispiel der UNI-Code. Das war aber auch ein weiteres Thema, das das noch in den DAL-SCHO. Wir sehen uns, wie RITsCHO da dauert, dass es wirklich Menschen auch in den RITsCHO hat, ich habe jetzt mal eine andere Seite, das wir jetzt auch noch nennen, denn da muss ich jetzt mal so einen ISO-Code sagen, dass ich da gerne und nicht nur richtig 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 bin. Wir haben es immer wieder gesagt, dass die Leute in der USA sind, in denen die Web-Seite sehr popular sind, auch da sein und da sein. Im Facebook-Facebook kann ich euch bestehen, wenn es in der USA ist. In diesem Fall, wir haben es auch einen Test, wo es das aussehen, und die frischischen, auch frischischen oder rätoromanischen, diesen deutschen Text haben möglich, das man nicht mit demnachlisten von Polnisch übersetzt hat. Ich möchte in dem ersten Bildern an der Nachricht nicht sagen, weil die meisten an den Facebook-Facebook haben, wie man im Wissen auch einen Punkt hat. Die meisten werden darüber verantwortlich, dass man selbst mit den schmerzlichen Texten und mit den TB-Maschinen in der Internet zu verhindern muss. Wenn man die Maschine an den Texten besitzt, dann kommt man den HSB-DSB-Kodern, dann bekommt man den Bildern, die genießt aus China, aber auch in den letzten Jahren und in den letzten Jahren. Microsoft Windows Jetsch Da gibt es einen ersten Schritt, da gibt es den LEP, das Language Interface Pack, aber es gibt einen Local Experience Pack, aber auch nicht. Da gibt es noch einen Schritt, in den letzten Jahren, da gibt es einen Schritt, als die Nachricht, die wir heute noch nicht beschäftigen, wenn wir hier noch ein paar Jahre in Europa geschlossen haben. Wir haben viele Arzt seit dem Zeitpunkt, denn wir haben die Möglichkeit, wenn wir nach München wieder etwas überwenden. Das ist ein Programm. Wir haben viele Arzt für das Büro gemacht, weil wir eine Accessory Pack haben. Das ist ein Paket, das erst einmal eine Stunde das Office-Produkt verwendet wird, aber dann gibt es die Service, die dann testen, wie eine Brau-Bis-Kontrolle, Synonyme-Zwohnung, Grammatik-Kontrolle, Gelenie-Zwozko. Diese Funktionalität. Das ist der Grund, dass die Rutsche von Wubi, die Walis- und Frys- und Retro-Roman-Schnien sind, aber sie sehen, dass sie noch ein Paket, das sie nicht mehr mit dem Modul anbieten. Für wenige Modulen gibt es eine Brau-Bis-Kontrolle, aber in anderen Modulen nichts. Ich habe auch in meinem Liedschen gekostet, weil sie für diese Arbeitsplätze nutzt, aber auf der offiziellen Seite, dass sie den Language-Packs verwendet werden können. aber wenn wir das wiederholen, dann wäre es auch nach dem Zahle, dass in der Zeit auf Office-Produkte mit dem Bravopissen Kontrolle sie dort separat installieren, aber dann sind dort sofort Wattfunk, dort wird sich das Wattfunk, und nichts anderes ist, dass sie einen Wurzivarski-Zwohnen installieren. Dann kann man sich dort installieren, wenn man das Wattfunk bei seinem Office-Paket nutzt, aber auch in den Stornen, weil Microsoft nicht mehr als Wattfunk. Das ist die Grund, dass das Wattfunk offiziell ist, aber dann braucht man ein bisschen Kontrolle bei Office nicht mehr technologisch und seine Funktionalität. Das ist eine große Wattfunk. Ich möchte, dass das 2,7-Wattfunk in der Form von 2,7-Wattfunk ist, dass es eine Wattfunk-Form ist. Hier gibt es eine Wattfunk-Form, wo ich bereits heute eine Wattfunk, das ist kein Wattfunk. Hier gibt es eine synonyme Wattfunk, grammatische Wattfunk, aber durch aktuelles Aufmerksamkeit das ist eine LibreOffice, in der Zwischenzeit, das ist ein Modul, aber das Modul, das wir in der Zwischenzeit in der Zwischenzeit, in der Zwischenzeit, der Office nutzt, nicht mehr als Wattfunk. Die Funktion existiert, aber nichts für Microsoft Office. Das war ein wichtiger Punkt, dass wir als Hauptsache nachhaltig sind, dass wir dort nutzt, dass die Wattfunk-Funk-Funk-Funk-Funk-Funk-Funk-Funk bei diesem Problem haben, ist die Eigenschaft bei unseren Facebook-Funk-Funk-Funk-Funk-Funk. Wir haben einfach nur von Google und haben Google gep elderlyt, dass wir auch noch zu manischen Produkten jetzt haben, dass wir die Geräte nutzen, mit dem Partner ein System, und mit denen das Ar Natur можно damit nutzen, Online ist. Das heißt, wenn wir die Oreste nicht noch zu fahren, dass wir von der Valle, Friese und ein Ritterum anstiegender Pudler, die ihn mit den speziellen Nasten in den Püten hat. Dann hat man den Filter, den man in den Püten hat, um eine spezielle Ritze zu nutzen, dann kann man dann auch eine 64-jährige Ritze nutzen. Und dann kann man dann auch eine solche Ritze, die man mit dem Püten hat, nicht auf den Püten hat. Also ich muss nicht auf der Google-Nasten sagen, dass man eine ganz spezielle Seite hat. Das habe ich dann auch nicht mehr gesehen. Also ich kann da auch die Ritze, die in den Püten, die im Püten, die ich aus der Püten habe. Was ist das für die Digitalpräsenz? Ich muss Ihnen sagen, dass es hier noch ein paar Punkte gibt. Die Folie ist mit der Dokumentation, die ich an der Position habe. Denn ich habe heute eine Ritze, die Bank oder Automaten, wenn ich nach Automaten bin. Ich weiß, dass sie einen jändisch-Nemischen, einen polnisch-Ceßchen, nur mit einem großen Wissen, aber es ist schon so, dass sie hier in den Automaten werden können. Das ist eine gute Idee, dass sie hier in den Automaten reden können. Das ist eine gute Idee, dass sie hier in den letzten Jahren nicht so viel, sondern sie sind so digitale und wirtschaftliche, dass sie einfach nur die Banken aufbauen können, dass sie mit den Spurenlißchen werden können, damit sie dann wieder zu finden können. Es ist auch ein Zollerzimmer, der Bank über den gleichen Letzten des Paskus. So war es der Weg, was das durchgelöst war. Wir haben uns nicht gelöst, aber es ist ja nicht der Weg, sondern wir haben in der Zukunft einen Standard verstanden, dass wir es schon präsent haben. Es gibt keine Ritze, aber es ist auch keine Ritze, es gibt die Katholik zu den Reiteromanz, die wir dann müssen. und dann haben wir alle nach den Reitungen hin. Und wir wollen jetzt noch einmal eine Variante, wo wir die Nachricht haben, dass wir die digitalen Systeme und die Integrations haben, weil wir jetzt noch zuerst fahren und eine gute Richtung haben und die Nachricht haben, dass wir die Daten hier haben. Das ist eine Wurz-Cherz und die Technik ist nicht so. Das ist eine sehr interessante Initiative, die ich untertitel habe. Eine Initiative, die Coding for language communities heißt, wo sie so etwas maschinelles Gespräch und die Ratschwerden, die Ratschwerden und die Ratschwerden, die sehr wichtigsten Themen für die Menschen. Das heißt, wir haben jetzt einen Projekten, die Spritur-Linguisten und Programmeerinnen und Programmeerinnen und Programme, die aktuellen, beispielsweise, die Präsentation und die Projekte, die in diesem Bereich, die vor dem Konferenz in Brüssel, in Februar. Das heißt, das ist ein Free Open Source Developer European Meeting. Das ist eine kurze Sache. Also, das war ja auch so, dass wir in 2002 eine Z-K-Wu-I war ja auch Open-Source-Software, und das war auch eine Initiative, die für alle Menschen ein Thema, die sich an diese Konferenz befindet. In diesem Fall, der in diesem Jahr ist auch der Nahrung der Knie, in der LISIS, wurde 2015 in der LISIS-Wikipedien gebildet, aber auch die gewisse Prüfung der Autoren, die ihm dann auch die WLISIS-Wikipedien rauszuhren, als mögliche Obstatt von ihren Texten. Natürlich kann man auch von Maschine das auch schon mal beachten. Wir müssen sagen, dass es noch ein Beispiel ist, dass die wichtigste Prüfung des hr. Textes sehr wichtig ist. Jetzt möchte ich mich noch einmal über die Pistole, Das heißt, es ist eine große Herausforderung, es ist eine große Herausforderung, wo man meistens durch den Kommerzellnachbos geht, wenn man sich in den letzten Jahren die extrem herausfordert, dann startet er schon näher, so muss man sich das Handy anbieten. Es ist nicht so wichtig, dass man sich in den letzten Spielern, wo man sich anbieten kann, wenn man sich parallel in einem anderen System befindet. Dann sage ich mir, dass ich nur in der Box stehe, aber durch das Handy anbieten dass wir bei der Firma, die das sein muss, die sich aus dem Wusciwahrer befinden, weil wir Jahre und Jahre wieder die Daten über dem Wusciwahrer sind. Wir wissen, was wir gerade haben, wir wissen, dass wir ein Thema von Ritzi und wir haben auch schon ein Nachfragen, das wir uns wissen. Das ist das, was wir da machen, wenn wir eine solche Ritze haben, wir kommen zu den Wusciwahrer. Die Technik, die technologisch sein, aber nicht die kommerziellen Wusciwahrer, hat dort einen Putsch in Treppen, nachdem wir einen anderen Putsch oder in der Dome-Bildensklinie. Aber es ist ganz sicherlich, dass sie keine kleinen Sprache gibt, sie haben andere große Sprache, und was interessiert, dass sie die Sprache sind, dass sie nicht die Sprache wissen, sondern sie kennen die Sprache, sie haben die Sprache die Dialekte. Sie haben beispielsweise eine spezielle Basis für die Australische Sprache, in der Kanadischen Sprache, in der Britischen Sprache, in der Amerikanischen Sprache, und dann auch in der Azischen Sprache. Sie haben diese Sprache mit ihren Sprachen, und sie haben diese Sprache mit den Standarden Sprachen. Sie haben diese Daten, damit sie die Asistenten verstehen. Ich habe eine andere Sprache, die Alexa mit 7 Sprachen war im Jahr 2019, also nicht so starre. Sie haben diese Sprache mit dem, wie ich die Sprache mit dem und dem, oder wie sie mit dem Sprache mit dem Sprache sind, und es gibt das immer noch mit dem Sprache. Ich habe das noch mal mit dem Sprache mit dem Sprache, den Sprache mit dem Sprache, und das sind die Sprache mit dem Sprache, und das sind die Standard für mich. Also, es ist sehr interessant, wenn es das in den Räumen geht. Definitiv, die Prognose wird sich in den Räumen weiterentwickelt. Daher gibt es eine Läumen von 25 Jahren, es wird sie seitens von den Räumen benutzt, also in den Räumen von 600 Prozent. Aber das ist ein Thema, mit dem wir mit Alexa reden, wenn sie nicht sagen können, wenn sie die Räumen nicht gut sagen können, wenn sie die Apparaten stehen, die Leute nicht kaufen, die Nerechscher und die Cusse Rechscher. In der Säber sind es sehr viele Leute, die Rechscher, die Rechscher nicht mehr mit den Rechscher, aber ich weiß nicht, dass ein Französer oder ein Italischer Rechscher die Rechscher, wobei sie auch sehr viele Rechscher nur mit Touristen, die Rechscher, und die Rechscher mit Maschinen. Ich war auch sehr interessiert, dass Dr. Niederlusch, die Rechscher, die Rechscher mit den Rechscher der Rechscher, die Rechscher mit den Rechscher in die Rechscher, aber auch nicht den Rechscher. Sie haben einen neuen Rechscher, der in den Rechscher präsent ist. Deswegen ist das kein Problem, warum man den Rechscher der Rechscher der Rechscher mit den Rechscher, hatte ich nicht einmal mehr so. Wenn man mal auf dem Rechscher hat, dann würde man nicht mehr die Rechscher. Aber die Rechscher die Rechscher, und die Chance ist, dass die Konzerne die eigene Wicke zu finden, aber die Leute die sich nicht mehr anbieten, haben sie eine andere Chance, dass sie ihre eigene Daten anbieten, die sie dann auch anbieten. Ich habe noch eine Analyse, wo ich die Analyse anbieten kann. Oh, das ist noch eine Spur. Die Alternative ist, Es ist sehr gut, dass es kommerziell noch wunderschön ist. Es gibt auch eine gewisse Ausrichtung, da haben wir beispielsweise einen Start-up in Kalifornien, das ist auch in Mycroft. Wir haben hier auch eine gewisse Ausrichtung, eine gewisse Ausrichtung, eine gewisse Ausrichtung, eine gewisse Ausrichtung, eine gewisse Ausrichtung. Aber diese Portale gibt es auch mit einer deep-speech, in dem wir die Menschen haben, dass sie nicht mehr ausrichtet werden. Erstens, noch kurz, ich habe noch eine Nachfrage, dass die Chance, dass die Ausrichtung nicht mehr komerziell sein wird, weil die Ausrichtung in Herbst sind. Daher können wir die Ausrichtung nicht mehr und die Ausrichtung nicht mehr sondern die Ausrichtung integrieren. Wir haben eine Integration durch eine politische Ausrichtung, aber ich schätze, die Menschen haben, die Menschen haben, und die Menschen haben. Die Ausrichtung ist eine große Ressource, also eine andere, die Menschen haben, Insofern haben sie nur viele Ausrichtung, die Menschen haben, die Menschen haben, die Menschen haben, die Menschen haben, und die Menschen haben, die Menschen haben, aber auch die Menschen und die Menschen haben. Hier werden sie ganz wichtig, dass sie nicht von z.B. jac. jac. Millionen oder automatischen Ausrichtung sondern nur noch eine Million. Die Zahl der Regierungsseite von den Menschen reduziert werden, Die meisten Menschen sind in den ersten Jahren sehr viele Mene. Aber ein weiterer Problem ist mit Personal-Resource. Wir haben nicht mehr, wenn wir uns nicht mehr als ein paar Dinge tun, sondern wir haben nur ein paar Linguistische, die so sehr gut auszuliehen, sondern wir haben auch noch ein paar Projekte. Das ist ein großer Problem. Die Chance ist, dass wir uns zufrieden, und den Namen kann ich nicht so nachgehen, das ist mit anderen Worten, mit anderen Worten, die wir jetzt schon mal wieder nachdenken, aber mit einem kleinen Wort, dass wir nicht so gut sind, sondern mit einem anderen Wort. Wir haben noch eine Frage, und wir haben noch ein paar digitale Konzepte, die wir machen, die wir in den Sprichern investieren, in denen wir in den Sprichern investieren, in denen wir in den Sprichern investieren. Das ist ein strategischer Versuch, und nicht in den Versuch, Es gibt auch eine große Rolle in der Institutionen, es gibt auch noch eine unterschiedliche Institutionen. Die Rolle ist, dass es nicht so groß ist, es gibt auch noch viele Produzenten, die Texte, aber es gibt auch noch viele Texte, die Texte in relativ guter Qualität der Institutionen. Es gibt auch noch nicht die Knie, aber auch noch nicht die Wattpiste, aber das PDF-Ko wutschenscht, aber in Ladeczke, wie es möglich ist, das wir da benutzen können, aber auch die sehr guten Texte sind in der Prüfung. Eine große Frage, was für uns ist, wie wir aktiven Rechniken und Enthusiasten weiterentwickeln können. Das ist eine sehr große Herausforderung, dass wir in einer großen Community durch das Thema genießen können. Wir brauchen auch strategische Partner, Das ist wichtig, dass wir die Wiedermos-Perspektive mit den Wiedermos-Perspektiven haben, dass wir die Qualität und die Einheit haben. Das ist ein Wiedermos-Perspektiv, das man sich über die Wiedermos-Perspektive befindet. Das ist ein Wiedermos-Perspektiv. Ich habe eine Wiedermos-Perspektive, ich habe viele Themen, viele Themen zu sehen, dass wir die Wiedermos-Perspektive diskutieren können. Das ist ein Wiedermos-Perspektiv.